die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschönen meine sehnlosen fallstückchen wieder ein verkaufsschlager aber tatsächlich diesmal bin sehr schockiert webfishing 499 äußerst positive bewertung ich glaube sogar über 4000 oder 2000 ist ja auch fast dasselbe ja ich habe wirklich keine ahnung was uns erwartet ich bin auch ehrlich ich möchte auch gar nicht so wissen denn der einzige oder es gibt zwei personen die angeln toll finden das ist einmal kobe und einmal steve der alte sagt der wahrscheinlich genauso aussieht wie dieser stein sind übrigens aus der community twitch.tv sehnlos ich würde mich sehr freuen wenn ihr einen daumen hoch lasst und kommentarier lasst egal wie sinnlos der ist und wir gehen rein offline solo weil ich weiß nicht was passiert start game was ich muss mal ein bisschen lauter machen so bait habe ich sehr viel auf meinem kanal das geil ich kann nicht fische fische würmer kaufen hier köder alter so wir werden jetzt fett angeln ja 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 47 zentimeter Okay, nice Geil, ersten Fisch geangelt Wir gehen rein, nochmal Also ist ja richtig, ist ja richtig cozy Ist ja Also du musst gedrückt halten Oder meschen Oh Gott Oh, das ist wieder mit der Zeit, Junge Oh, ja War ja easy Willst du mich verarschen, da kleine Ding Hat mich so viel Energie gekostet Ich glaube, ich drehe durch, das ist ja wirklich unfassbar Was passiert denn hier für eine Scheiße schon wieder Egal, wir gehen weiter rein, weil wir müssen das nächste Level erreichen Wie es scheint Ist das eine Katze eigentlich, die gerade fischt Das wäre schon spannend Oh ja, wir müssen klicken, alter Geil, 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 geil Was haben wir jetzt Ach, ein Drum Ja, ist geil Entschuldigung Ist geil, oder Chat? Also macht schon wieder Chat Ist egal, ihr wisst, ich sage das öfters Weil ich bin ja eigentlich nur am Livestream gefühlt Und mache das hier auch Ich finde das Format übrigens geil Könnt ihr mir wirklich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Format findet Ich meine, ihr kriegt ja alle auch eine Krise zwischendurch Weil die Spiele so ultra krass sind Achso, ich muss noch einen Fisch verkaufen Ja, das ist doch kein Problem, alter Hier Haben wir verkauft An den Mauerwurf Tutorial verlassen, yeah Wow Ist mal wirklich Guck mal Da können wir uns jetzt noch eine Cola kaufen Und die sippen wir uns jetzt rein Und dann haben wir besseres Angelglück Ich würde sagen, wir fischen mal von der Brücke hier Und das kann man wahrscheinlich auch online spielen mit anderen, wie es scheint Das könnte schon cozy sein für manche Das unterstütze ich nicht Ich finde es trotzdem kein Arsch Aber gut Ach ja Regnerisch ist es heute Mein Fell wird nass Ich mag Wasser nicht Denn ich bin eine Katz Ja, hier beißt wohl keiner Oh doch Zieh ran Zieh ran Oh, das Machen Äh, Machen Smasher PS, Red Flag Wow Ein Koi, alter Geil Und ein Rank Up Das ist super fresh Ähm Warum ist das Wie sieht das so komisch aus jetzt Okay Hier ist was drin Das sag ich euch Das wird krass Das so Monster von Loch Ness mäßig Na los Zeig's mir Gib's mir Mann Boah, ich kann das alles nicht mehr Oh, da muss ich mehr schnell Oh ja Oh ja Oh ja Oh, das ist Fingertraining Ich hab Gras gefangen Na gut Wir geben mal so ein bisschen hier lang Ich würde mir gerne mal eben was Äh, ein paar Dinger hier kaufen Das verkaufen wir direkt Weil es Seaweed Wer braucht das Der andere Fisch war 42 Dollar wert Ey Boah, ich glaub das Soll ich das mal im Stream spielen Das, äh Spiel Schreibt mal in die Kommentare Irgendwie kenn ich die Antwort Ja, ja Ist das schön Bin bereit Oh ja Ein bisschen chilliger Weil wir haben da Zeit Ich hab ne Krabbe Mit 0,01 cm Jetzt kommen wir mal realistischen Größen Naja Machen direkt mal so ein ganz Klosen hier Mal gucken, ob das geht Dreck angebissen, Junge Oh, da darf ich aber meschen Alter Oh, das wird übel Oh, come on Ja Alter Alter Spieltel Boah, what 117 cm 117 cm Junge, wie viel ist der denn wert Wir gehen doch erstmal rumlaufen hier Einmal gucken Das hat so ein bisschen was von Animal Crossing, ne Nur so in So ein Animal Crossing würde ich feiern in 3D Mit besserer Grafik natürlich, aber Schon cool Hier kann man wieder 42 Tacken Oh ja Ups Entschuldigung So, ab auf den Steg Weil ich Ziehen wir ja ein Steg Boah, das wird ein Wildfang Ich sag euch Werfen so weit aus, wie es geht Und dann schauen wir mal Oh ja Oh ja Und Machen 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 Ein Hering Und das ist nicht rot Ja Okay, rank up Sehr geil So, wir gucken jetzt nochmal in den Online Modus rein Bis gleich So Jetzt sind wir im Online Modus Guck mal Da haben wir direkt was Ach, es gibt auch Quests dann so Das ist krass Das ist ja krass Enter hub So Jetzt können wir uns Grillen holen Alter Okay, es gibt anscheinend auch Perks und sowas Scheiße, ich sehe Tellerwäscher schon wieder in dem Game Bin ich ehrlich Ich weiß das Mal gucken, ob wir andere Spieler hier sehen Irgendwo Bis jetzt sehe ich nichts Aber wo nichts ist Kann ja noch was werden Hatte ich zumindest bei mir auch immer gehofft Wahrscheinlich sehe ich die schon viel, viel weiter Auf einer ganz anderen Insel Ich bin hier so Kann ich eigentlich Weiß ich nicht Ich weiß nicht, wie man die Angel weiter macht Wir angeln jetzt nochmal ein bisschen Weil ich sehe jetzt hier auch keinen Ich bin der Koi-Boy, Junge Man nennt mich auch Koi-Boy eigentlich Ich würde gerne Anderes Ich würde gerne die Anderen Köder mal benutzen Aber hier sind die ganzen Spieler Aber gut Dann müssen wir noch damit angeln Schön, schön, schön Ich verstehe Jetzt kommt man weg, dann ist es hier oben Angel macht so Spaß Oh nein Boah Junge, das kannst du gar nicht schaffen Haben wir? Oh mein Gott Ich werde das Spiel jetzt verbrennen Wem das gefällt Sehr viel Spaß dabei Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Tag Noch, wenn ihr das hier gesehen habt Und ich hoffe ihr seid mindestens genau Tschüss Ich hoffe ihr seid Wir sehen uns